Muifil und Fritz. Maurer mit Witz. Wer ist denn eigentlich da? Ist hier das rausgekommen? Ja, Herr Maurer-Fritz, dann lesen Sie mir bitte die zweite Zeile vor. Was für Zeile, Herr Doktor? Der auf der Tafel. Der auf der Wand. Herr Doktor, was für eine Wand? Die ganze blauen Blindenhund. Herr Doktor, was ist denn hier mit einem Blindenhund? Herr Doktor, was ist denn hier mit einem Blindenhund?